Okay, dann können wir noch eine anbieten. Ich behaupte mal, dass wenn ich auf den Rückweg komme, dass ich genug Tierchen gefangen habe. Bei Wegzeiger wäre ich das zum größten was gewesen. Äh, Svazor oder so. Oder Razor. Da oben hin. Genitiv, ganz schnell. Strom muss ich einsammeln. Das mache ich am nächsten Tag. Okay. Und so weißt du, so zwei Stacks auf jeden Fall von jedem da hat, noch mal einen Tag, um das Essen zu kommen. Zwei Flinsbau dafür. Die sind nicht wichtig. So, ähm. Einmal rasieren, bitte. Svazor. Und verbrennen das auch. Sack. Dann passt das nämlich. Dun 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 dun. Schilder. Dun dun dun. Was ist denn der Stein mit dem Gohold drin? Ja. Gohold Stein. Doch gar kein Mein. jetzt irgendwo jetzt wollen wir erstmal noch holz sammeln auch gut wenn du wieder raus ums werde das kosten hebelig aber dann kommt er wieder automatisch rein ja das ist schon mal eine gute sache und jetzt jeder muss das einmal herstellen ok was denn das zeug ja ist auch so habe ich schon gemerkt habe ich schon gemerkt ist ja nicht schlimm denn nicht schlimm vergammeltes fleisch übrigens stehen da drei chefs jetzt insgesamt und das ist schon mal gut zwei habe ich nehme ihn noch hingesetzt jetzt habe ich noch ein bisschen mehr holz ich gehe mir am steine kloppen ja mach das ja ich habe eine komplette mine gefunden ok ich glaube erstmal ist weg ja guck mal wie lange die nacht diesmal geht oh so kurz ja könnte ich mich sogar einquartieren hier nacht das ernten ernten ernte gar nichts kein essen mehr das ungekochte fleisch hat ja gar nichts gebracht bei mir eben bei fleisch nein das hält nur super lange an schön passt schon ja sonst muss ja gucken oben in der wüste wo die ganzen farben sind gar nicht ob man sich so ein gefühl von konnte für tiere jetzt wird das war nur dämmerung ja und die geht schon etwas länger oh mein essen hält ich mir lange an oh die eine falle ist ja ich packe da immer äh karotten drunter weißt du ok dann gehen die schneller drunter ja schön aber finde ich schlimm eigentlich kann man das eher gebrauchen das essen erst machen ja die karotten aber nicht klar kann man karotten gebrauchen ja du kannst aber lieber eine karotte verbrauchen dafür den kann nickel holen ja schön das ist mir besser also ist mir lieber ja gut ich habe noch siegkarotten im Moment vielleicht sind goldnuggets ach ja ich da und sterbe er ist über die wir werden das wieder alleine gespielt ja das gedauert hätte und sowas so kann jeder einmal weiß dann runde fahren mhm die arbeit machen muss ich ja doppelt dumm und dämlich ja das ist wirklich so kann da ein holz oder ein stein oder so kann man da immer nur ein fleisch ranhängen ja ist ja behindert also zehn stücken müssen es mindestens sein oder ja ich habe es halt übertrieben wenn man weiß ja na nein ich wollte mit fleisch ranhängen ja genau dran das ist doch behindert geht oh man mit ei hallo man mit ei soll ich dir mal das ei klauen mach doch nein der ist wach geworden haut doch ab man mit ei ich wollte doch gar nicht dein Ei jetzt hör auch mit deinem mit deinem mit deinem Auge aufm Boden das tut doch voll weh du dummeridiot tja ich weiß gar nicht wie lange dauert denn das fleisch bis das fertig ist war ein halb tag glaube ich so dann sollte es ja eigentlich gleich fertig sein so langsam ne ja ich werde so einen kochtopf herstellen da kannst du halt früchte und so alles rein na ich baue ne fackel ich stehe schon wieder hier oben bei uns na gucken ob ich mit der fackel über die nacht auskomme ok dann habe ich da reingetan weil ein feier kann ich mir raus stellen ich habe mich kein holz 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 weißt dafür 63 steine 14 gold 430 flint ich könnte noch ein bisschen rausholen jo mach das aber jetzt gleich schon wieder Tag ja das ist ja das gute super komm der Tag hier gerade nur rum hm ich will arbeiten 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 und leck dankeschön so ich würde sagen vier Kisten reichen jetzt immer ne ah ich würde jetzt so und was reinhauen vier Kisten waren wir da stehen so eine werde ich gleich voll Bunkern mit einem Zeug eine eine ist schon voll musst du gucken ob du davon was hast dass du da rein tust dann Tatschstein in hä wir brauchen Tatschstein ok auch hier also ich habe hier oben noch so ein Schweineding gefunden ok ja wie gesagt ich werde gleich eine Kiste auf jeden Fall vollbunkern ja wie gesagt eine ist voll da musst du gucken ob du davon was du hast auch reintun kannst das alles weg geht hier weißt du gar nicht wie was man das nito benutzen konnte oh nein so ein Mann mit Auge Auge ab und abbauen hier abbauen bitte nicht an ein Ei du hör nicht ne du doch nicht ne du hast wirklich nicht kann aber halten ich hol mir vielleicht das später wenn du so viel gehen kannst ne mhm ich bin bummerang bummerang na es geht nicht na es geht nicht muss denn ganz so regnen so amtags wird aber keine Regenanimation also kein Regenzeichen oben rechts dummisch 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 komisch solange das nicht anfängt zu blitzen aber so ein Blitzchen müssen wir auch noch aufbauen mhm dafür brauchen wir Gold ja ich hab äh 22 Gold ja ist klar hallo du hässige Kröte ich hab doch gesagt ich farm ne Runde ich hab äh 101 Steine und totes Erforsch ja du bist behindert ja was denn Mina du musst es noch mehr deswegen verstanden mittendrin digen du